Ich auch scheiße Sorry Leute, heute kein Turnier Sorry Leute, heute kein Turnier Sorry Leute Ich wollte, ich hab sehen wie die Glücklich macht und ob Saiyan nicht sagt nein Sorry Leute Ich muss einfach nur sorry sagen Iiii Gut, hast du verstanden, dass ich dir den Ball gelassen wollte? Ich hatte gerade kurz ein bisschen Sorge dass da irgendwie Unglück passiert jetzt Ah nee, wir verstehen uns einfach blind halt Wir haben Halo zusammen durchgezockt Wir verstehen uns blind So wie Harry Potter Lego durchgezockt haben, Lukas? Ja, safe, genauso Ja gut, konnten wir ja auch nicht weitermachen wegen scheiß Corona Also das war jetzt auch nicht Nicht Nicht, äh, unbedingt unsere Schuld Wer belockert? Ihr macht nen Pass? Ah, hätte ich gemacht, hätte ich gemacht So Da 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 Ah Schön Der muss man ran Ja, ich komm Jo, mach ich Da geht Da muss man ran Ah, ich werd weggerammt 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 Ramm, ramm, ding dong Ramm, ramm, ding, ding, dong Boah, boah, das wär geil gewesen, wenn ich's geschafft Sorry Lukas Ne, ne, ich hätt die nicht gehabt, ich sag nur wär geil gewesen, wenn ich ihn getroffen hätte Da da aus, aus dem Pfosten her raus, vom Innenpfosten her raus gefahren, das wär geil gewesen Aber, wie gesagt, es hätte, hätte eh nicht geklappt Ja, das ist eh gelaufen, ich hab Angst Uuuhhh Sorry Leute Uuuhhh Fuck, fuck, fuck Chill Wiii Ja, äh, äh, misst er auch nicht Misst er auch nicht Uuuhhh, wann Gott Chill Marius Ich klau den jetzt den Boost Hehehehe You, you are so evil So evil are you Upsi Upsi Daisy Ach, scheiße, komm Aber bist du flach? So Uuuhhh Uuuhhh Ne Ich bin nicht Ah, scheißen, Dreck Ich bin nicht Ich hab den Ball, Ringo Ich bin nicht bei Ringo Ja, ju Bin hinten Jup Uuuuhhh Ouhhh Schon geblockt Ah, haben wir in die Ecke geblogget den Ball. Daniel hat den? Jo. So, der prallt gut ab. Schützchen, Daniel. Was tut der nicht? Habeck. Deiner Marius. Übernehmen. Oh ja, Daniel, da seh ich dich. Ach, schade. Aber du hast ihn getroffen. In deren Hälfte. Alles gut. Oh! Wuuu! Wui! Wie geplant. Wie geplant. Wann denn? Wann denn? Wann denn? Oder warum war der so unfassbar schnell? Ja. Also war das ne Quetschzwiebel? Quetsch. Quetschi. Quetschi, mein Lechi. Oh ja! Perfekt. Nice. Wus ich, ob ich callen soll oder nicht. Ich wollt grad sagen, ich weiß nicht, ob einer von euch da ist und dann habt ihr mich schon im Boden. Braucht ihr's gar nicht sagen. Ich hatte nämlich keinen Boost. Ich hatte den nur mit viel weniger Tempo rein. Ich muss sagen, zocken macht Bock. Ne? Ne? Ne, aber jetzt also mit der Zentrale hier. Ist geil. Ja, ich fand das sowieso schon überhaupt krass, wie du immer so aus so krasser Distanz spielen konntest. Ich konnte das nie. Also bei Fallgeist war's okay, das ging, aber Rocket League, wenn ich das mal bei dir von der Couch ausgezockt habe, das war immer zu krass für mich. Ja, ich hab mich ja meistens am Anfang der Couch gesetzt. Ja, aber selbst das wär noch zu weit für mich. Ja, ich find's ja wirklich 20 cm vom Bildschirm halt, ne? Ich find halt krass, die Farben sind so heftig durch den Bildschirm. Die Farben! Oh, LSD! Oh, die Farben! Ja, so stell ich mich dir auch gerade vor. So riesige Katzenaugen. Heavy breathing, ne? Aber nur... Jaja, genau. So, so... Ui! So, so'n PC-Bildschirm ist natürlich auch was anderes als ein Fernseher zum Zocken, ne? Ja. Ist halt... Darauf ausgelegt. Ja, ich hab Freitag wollte ich mal die ersten Filme so rübergucken. Dann über halt Netflix, Disney Plus, keine Ahnung. Gucken, wie es ist. Gutes Spiel! Also dafür, dass das lange Zeit 0-0 war, ging das jetzt auch ziemlich schnell, dann das 1-0-2-0-3-0-4-0. Die waren dann gebrochen. Ich glaube auch, ja. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Sag Gitarre. 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 Ich dachte Kita, also Keyboard in Gitarrenform. So was muss ich... Dass man sich wie so eine Gitarre um... Bin hinten. Über die Schulter hängt. Ach oh. Und übrigens, Lukas, Internet geht. Ich hab kein LAN-Kabel gelegt. Und bis jetzt kein Ruckler, kein Leck. Sehr schön. Habst du da... Ja. Wow. Goldi, kannst du machen? Kommt den Montag. Musst du mal ran? Musst du mal ran? Ja. Oh, der geht nicht. Lukas, du willst noch was sagen? Nach dem Tor? Ja. Und zwar... Das heißt aber nicht, dass die Verbindung auch konstant bei Maximum bleibt halt. Weißt du, was ich meine? Ja. Wenn du streamst, dann muss die halt dauerhaft das Minimum für HD-Qualität nicht unterschreiten. Ich weiß, was du meinst. Durchgehend. Und, äh... Das ist halt nochmal was anderes. Vor allem, weil du halt einen größeren Download als Upload hast. Du hast ja ein, äh... Keine Ahnung, was... Was für eine... Wuh! Äh, was für eine Download-Geschwindigkeit. Aber Upload war jetzt 8, ne? Ja. Ja. Und du hast ja wahrscheinlich eine Download-Geschwindigkeit von mindestens, äh... 30. Ah ne, äh... 4. 4, 4, 4. Das stimmt. 8. 4, so, ja. Ich will dann überlegen, ob ich 8 machen soll. Oder... Stimmt. Genau, genau. Ich wollte nochmal da anrufen. So war das. Ähm... Ich wollte einmal jetzt testen. Ich weiß, ne? 100%ig, dass die Qualität... Äh... Dass ich auf jeden Fall mehr haben will. Aber ich wollte es einfach einmal getestet haben. Ja, ist ja... Ist ja auch vollkommen richtig so. Es kann halt, wie gesagt, sein, dass die halt ein bisschen schwankt halt. Und, äh... Sobald die dann halt unter 4 schwankt, dann... Dann wird das halt, äh... Wahrscheinlich richtig... Richtig Pixelbrei. Mhm. Ich wollte jetzt sagen, mit Kamera und so... Ich hab mich da so ein bisschen stressbar reingelesen. Jo. Also mit... Wenn du da die... 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 Dann schließt, kannst du dir auch nichts zu sagen. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich hab die Perspektive mal, weil ich... Wahrscheinlich eine extra soft... Ja. Ich... Waren überlegen, ob ich... Äh... Äh... Über oder unter dem, äh... Monitor die Kamera abpositionieren soll. Beides sah scheiß aus. Ich mein... Ne, ich hab... Ich mach die... Äh... Seitlich. Von der Seite. Komm ich dran? Ja. Kann doch schlecht mal in der Gruppe... Achso, ja, stimmt. Ja. Stimmt, ich erinnere mich jetzt... Ich erinnere mich jetzt wieder an... An das Bild, was du eben geschickt hast. Ja. Da hat man ja die Kamera gesehen. Ja gut, das sieht echt blöd aus, wenn die... Wenn die oben drüber ist. Ich dachte jetzt an so ne... So ne typische, die man sich halt oben auf dem Bildschirm stellt. Ja. Ne, weil... Weil, ähm... Du hast recht. Der Bildschirm ja schon höher ist... Als... Eigentlich. Der... Steht ja auf so'n Sockel. Ja. Und jetzt hab ich dann... Gestern mal so'n kleinen Test gemacht, nur für... Uuuh! Uua! Oh! Wurstfinger! Ich hatte Wurstfinger. Gut, dass du da was machst. Oh! Von der Perspektive... Stehst du euch gleich mal. Sieht cool aus, weil ich das dann von der rechten Seite mach, weil dann... Äh, sieht man den Dach weder. Scheiße. Schön, Daniel. Schön. Wir sind hier grad... Ah, der hat nicht weggerannt wieder. Ah, der hat nicht weggerannt wieder. Da steht noch 0-0, Alter, alles gut. Ja. 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 Sehr gut. Ja, der Nächth. Nein! Wuh! Wuh! Nein! Wuh! 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 Nein! Ich auch grad zu der komplette Drehung, weil ich meine Achse da gemacht habe. Mhm. Ich mach mal ein bisschen offensiv. Ja. Ja. Ah, fuck! Wuh! Fuck! Oh, der kommt! Der skift nicht! Oh, der... Hast du gesehen? Ach, schade. Oh, ja! Daniel kommt dann von ihm und holt das Ding da raus. Oh, starkes Ding aus dem Winkel da, ey. Mit Drift? Ach, schade. Nice. Kannst selbst kaum fassen. Oh, der ist mal ein Schluck, ne? Aber stark, ey. Try him. Ah, du und du not. Ich wollte es gerade sagen. Ah, schade. Ah, fuck. Ich wollte es gerade sagen. Du und du not. Der ist doch klein. Können wir ja gleich auch noch gerne was Star Wars zocken. Ja. Ich weiß nicht, wie, Marius, wenn du Home Office hast, bist du bestimmt noch um 10 Uhr am Strissel, Ja. Ich weiß nicht, wie es bei Daniel aussieht. Bis 10 Uhr. Wuh! Ah, fuck. Scheiße. Ich dachte gerade, da wird einer aus dem Tor kommen. Bei dem Ball. Jetzt bin ich ja nicht hingegangen. Missverständnis. Missverständnis. So offensiv? No. Wie? Schön, 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 schön. Ich probiere den Daniel. Ah, scheiße. Kein Buß gehabt. Sorry, Daniel. Ich musste. Oh nein. Ah, schade. Verlänger. Ah, shit. Wollen wir gutes Spiel. Ah, ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich. War echt gutes Spiel. Von Daniels Tor. War gut. Jaja. Ihr hattet ja auch gute Chancen. So ist es nicht. So ist es nicht. Was ich sicher haben. Doch. Gute Defensive. Aber Perspektive ist okay, ne? Ja, mit der Feder ist natürlich cool da, ne? Das haben die wenigstens zu bieten, die sind der Feder. Ah, weg! Shit. Und du der Old Town. I kiss my girl. Ich bin hinten. Warum bin ich in den Honig? Ehh. oh gerade reingestellt das war ganz zärtlich und immer die beiden drüber da ist auch ein schöner Pass mein Boost Marius hol ich mir den eben von hinten oh der ist auch nicht da das war ich aber nicht ich habe es zwar gerade gesagt aber ich weiß nicht ich würde oh tu mir leid alles gut mal gucken ob ihr da seid ups ein paar wachs sind schöner Ball nice ja aus dem Spiel rutscht das erste Guinness mal raus das war ich gar nicht von meiner Perspektive sagst du aus ok ja da sehe ich mich ja ah Pfosten oh nein der Pfosten nie da habe ich nicht dran gegangen war es glaube ich besser scheiße ich bin da reingegangen ist so ich bin hinten sorry Daniel war ein bisschen doof das hätte ich auch mal lassen sollen ok ne lass den jungen doch auch mal ran da die Marius ich bin auch hinten wollte ich noch bei Daniel entschuldigen und mit ihm kuscheln ich glaube das äh nimmt Daniel eher zum anders viel mehr Zorn als äh als Entschuldigung vielleicht da ist auch oh wurde rausgetragen der hat mich rausgekriegt ah scheiße rausgetragen ich bin auch an den beiden reingegangen scheiße süß er ist rausgefahren ich habe rausgetragen oh hier ich habe Mots komm mal wir brennen durch komm oh ich dachte scheiße ich dachte der jäger gerade geblockt schön ja da sehe ich dich Marius ich war ganz hinten was so weil ich schieb ich habe gerade irgendwas war Daniel ich dachte dass das wirst du ach komm komm schieß doch schieß doch Bullo schieß doch nein gut in die Mitte gefahren dann leider leider kein pass in die Mitte sorry Leute Hallo Marius du an dem fahr ruhig aus ja na ja verdammt kommt der da nochmal dran ich habe einen zerstört so schnell war ich doch gar nicht ja sehr gut nein fuck nein scheiße ich habe den nicht geblockt ich hätte den locker haben können ich habe kurz gebremst ich war ich glaube ich bin noch dran scheiße komm ist dann nicht vorbei das Spiel unentschieden wieder von vorne los na da nimmt er mir den Boost weg der ist egal oh ich habe keinen Boost so wenn ich Boost gab es hätte Händchenfleisch gehabt aber der hat mit dem Boost leider weggenommen nice ah dann breit der so nicht schon wieder nicht schon wieder meiner 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 deiner ja meine Schuld meiner 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 hast du nicht so gefühlt ne war nicht ganz so wie ich wenn ich trickse schockt noch kommen die Holmer noch ist so dann muss ich den jetzt auch machen oh wie war ich dachte der würde durchgehen ich auch ich würde den an dem vorbeikriegen ich würde den an dem vorbeikriegen Daniel macht den jetzt wieder oh ja Daniel oh alter der Gegner den war so gewollt der Schuss nein so jetzt ein schnelles Tor jetzt ein schnelles Tor wird Marius ein bisschen trösten guck 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 ich bin dabei in die Mitte gerade so so unanschluss Lukas nee Daniel kein Druck auf dir Daniel aber den solltest du schon machen oh nein ich krieg hier nicht an ihm vorbei scheißen Drag oh ja oh ja jetzt 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 ja nein nein es ist einer von euch ich wollte es ja stirbt nein 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 warte 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 ah ich bin ja geniebisch dran nein wow ah dann habe ich da sogar noch mal die dicke Chance und dann hat er den da leider ey ach schade aber war lustig nein aber war schon lustig mit mir ich bin eigentlich nicht са